hallo und herzlich willkommen zurück auf der landkreis rostock wir haben das häckseln jetzt durch es ist kurz vor 15 uhr wir machen uns jetzt auf dem weg zum händler ok und holen die ballenpresse und starten auch mit dem ballenpressen wir wollen die ballen auch wirklich gerne vor dem regen drin haben wie gesagt haben jetzt die vom strohbergungs addon sag ich jetzt mal die krone genommen quaderballenpresse die denn mit dem der drei denn immer drei ablegen mit dem collector weiß gar nicht wie heißen das ding da war ein bisschen so dann schauen wir mal wir gehen mal kurz auf die andere seite kommt schon so welche taste war denn noch mal sieht man das hier auch 180 240 ja bei 40 kann das ding doch ne da steht hier nicht bei wie gesagt da machen wir uns mal auf den weg ein bisschen zu ziehen hat der junge ne woher glaube ich auch 400 ps über 400 hat so wo hatten wir angefangen mit dem dreschen da unten glaube ich so 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 kurz das müssen wir kurz da zeigt er uns das an genau dann gehen wir auf die ballenpresse die taste ist ok 2 40 jetzt sind wir los warte mal wo war das krass machen wir nur noch Aalrad rein so dann können wir los das ist das ist das ist das ist das ist das ist Was? Hat er schon ein Paket abgelegt? Hat er dich in den Spiegel da null sehe? Ist ja doof. Jetzt. Ich glaube, der legt immer drei hin. Ah. Komm. 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 Der hat ganz schön zu kämpfen. Gut, dass ich da denn doch quer gefahren bin. Ja. Wie gesagt, das Feld hatten wir noch dazu gekauft. Hier wird nicht ganz so viel Stroh, denke ich, auch mal runterkommen. Nicht so wie bei den anderen, die waren ja auch 110, 120 Prozent. Heirat ist noch drin. So, dann fahren wir hier wieder runter. Okay. 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 So. Gucken wir mal, ob wir das erste Bündel sehen. Ich hoffe, die legt er auch gut ab. Na, guck, da ist er eben aufgetaucht. So. 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 Guck, da hinten liegt es. So. 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 Doch, die liegen ganz gut. gut, die sind greifbar. Ja, doch hier hat er echt Probleme. Oh, da müssen wir mal so drehen. Oh! 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 So, machen wir die Pickup hoch, dann kommen wir ein bisschen schneller voran. Ja, Pickup habe ich unten. Ich denke mal, wir werden einmal überspringen. Oder kann ich Bahn für Bahn hoch... ach komm. So, fangen wir mal ein bisschen außen. So. 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 doch die liegen doch gut ach nichts dazu noch zwei bahn so pick up wieder runter mehr Funktioniert denn eigentlich der Ballenzähler? Ne. Wo haben wir den denn? Ach da. 31 Ballen. Also 10 Pakete liegen hier schon. Und wie dort beim Hexen überspringen wir einfach hier mal ein paar. Ja. Das ist wunderbar. Zack. Das läuft doch. Das läuft doch richtig gut. 37. Ja. 12. So ein paar werden es schon sein. Und wir brauchen nochmal Gedanken machen, wie ich die Ballen reinhole. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 sehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut und bis dann. Oh.